So, jetzt geht's sterben, ey. Ah, müssen wir wechseln? Scheiße. Ach, da ist das Fisch. Ich hoffe mal, es reicht. Nein, paralysiert bitte. Ja. Okay, die benutzt voll Restore, aber ich denke mal, dass es jetzt sterben wird. Ha, schon wieder paralysiert. Paralysiert? Paralysiert, das wollte ich sagen. Gerade, wo bleibe ich erstmal drinne, weil ich schneller bin. So, das ist ihr letztes Pokémon. Das heißt, der Sieg ist eigentlich schon sicher. Ja, eigentlich. Was Jaladi jetzt keine Scheiße baut. Ich hoffe mal. Ja, okay, das ist down. Zwei Säte, Top 4. Und ja, ich muss noch einen Trainer machen, weil ich jetzt 31 Minuten habe. Ja, weil ich muss eben den CG ausschalten. Ich will was austesten. Mal gucken, ob ich den Geist drin alleine mit Galadis schaffe. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich eigentlich schnell bin und einen Spezialangriff habe. Das will ich einmal testen. Also, wenn es nicht klappt, dann lade ich natürlich neu. Aber ich will es nur testen. Okay, fängt an mit Drift, Zeppeli. Mist, ich schaffe, geht schon mal. Also, schon mal daneben, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt kommt die Genesung, dann ist es tot. Und jetzt habt ihr seinen Spezialangriff und Verteidigung gestärkt. Ah doch, klappt schon. Nochmal einen Tag. Ne, nein, das geht gar nicht. Ganz ehrlich, warum ist das Ding jetzt schneller als ich? Mann! Das darf ich nicht auf mir sitzen. Ganz ehrlich, das geht nicht. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Swan Hitches, bitte. Die Callen meint, das ist doch gar keine Initiative dazu, oder? Warum ist das jetzt schneller als ich? Warum? Oh Mann! Wie unnötig! Ich bin schon wieder etwas gereiht, jetzt. So kommt da, dann kommt Bay als erstes. Scheiß Drift-Tapeli, ey. Mann! Okay. Okay. Das ist, glaube ich, das Kerzenteil da, Kerzenständerviech. Das überlebe ich nicht. Doch. Das Viech da hat so einen hohen Spezialangriff. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Froslass. Das ist Frostetje. Was zur Hölle? Mann! Ach, jetzt kommt das Viech. Nein! Quark soll nur um schneller sein. Okay, gut. Ach, klar. Genau. Komm, man überlebt das. Mann! Ich weiß nicht, ob Jalali schneller ist. Deswegen Sicherheit. Ja, tot. Aber ich brauche die ganze Liebe eigentlich noch für den anderen. Für den vierten da. Weil der wird richtig hart. Der Kampftyp, ey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufgeregt, diese Scheiße. Oh, Critical Hit, ey! Geil, hab ich gleich keine Beleber mehr. Oh, was war daran jetzt so schwer? Mann, ich weiß nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich bin tot. Ja. Nee. Gut. Alter, die Scheiße, ey! So, speichern. Mann, ich hab gleich keine Beleber mehr für N und Jesus. Ich hab noch zwölf Stück. Ich muss drei Pokémon wiederbeleben. Dann hab ich noch neun. Für den Trainer gleich brauche ich schon noch 20. Ja, ich glaub für den, für die letzten, also nach den Top 4 hier, danach zu denen werde ich mir, glaub ich, einen Typen herholen. Also, weil ich das nicht alleine machen will, weil sonst rass ich, glaub ich, wieder zu doll aus. Ich weiß noch nicht, wie ich nach vorne tun soll. Vielleicht fängt der ja so wie im richtigen Spiel mit Kappels an, das wär gut. Er fängt mit Kappels an. Oh, geil. Fängt gleich geil an, muss man schon sagen. Gleich K.O., erstes Pokémon. Oh, klar. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, logisch. Stürb. Oh, nein, nicht Wiishu. Da bin ich grad bei, auf dem DS auf level 100 zu trainieren. auch das ist die fisch auf der sprappel für die 2 90 hat aber gerade etwas gut aus hat er wieder neben macht mogelieb brech doch zusammen ja ich glaube habe ich aber meistergriff kommen noch zwei richtig scheiß kampf hochkommen das kann konnte voll teil hier komm ein volltreffer bitte bitte nein gut 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 ein oder zwei pokémon kommen noch hoffentlich nur noch eins die toxiker kommt auch noch das weiß ich das kommt erstmal meistergriff ach ich habe doch bei uns wenn wir gerade das auf Ableitipp scheiße ich habe mir gedacht da sieht man mal wie daneben ich liegen kann balker protzer scheiße ja critical hit ja oh ja ja das war es jetzt mit dem part hier nächsten part wird dann jemand dabei sein ich werde noch eben heilen nein werde ich nicht weil im schloss kann man sich gleich heilen so bis zum nächsten mal haut rein geil ja 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 ja